Yeah Wir entwenden über Bord Ganz klar einfach runter und rein Über die Lane oder? Ich kann euch einfach hinterher Ich kann Flo einfach hinterher Beziehungsweise ich komm nach Bord Ja wir gehen halt hier Vielleicht vorher wollen wir dich auf die Draken oder? Naja ich sollte schon dein Engage machen Ich hab auch noch ein E Wird unendlich viel Range Auf Champion 10,15 Sekunden Schauen wir mal weiter 10 5 Hier rein Jünger blockt mich 3 Ok dann gehen wir unten wieder raus Da wissen wir was war Wuuu Wuuu Berlina ich grüße dich Guten Morgen Hi Hi Ich bin Raka Was ist mit dem Accident? Wuhuuu Töne etwas Neues Du magst es? Nein, nein ich mache es nicht Lass es aus Oh ja, lass uns runter Man kann es ja früh mal testen Man kann es ja früh mal testen, ne? So ein Date Fängt Bordzeit an Ok Zensaro startet da Hast du ja gesehen Wie ist ein Zensaro clear? Macht der Wölfe? Blue? Sonst irgendwas? Ganz normal Red buff Wölfe Blue Grump optional Ok Auf channel Auf channel Was ist entweder 3 Minuten oder 3 Minuten und 30 Wenn er das auf mir macht Er ist auf mir? Ja 10 Was haben die Geos? Exhaust auf dir ist auf ihr weg Er hat nicht gehealt Das wars dann leider Flasht hat sie nicht, ne? Ne Ne Dann So Hab ich Gut Well done Das hat Sinn, der entwädet mein Red buff Gut, dass ich den Grumpen nicht gemacht hab Bist du stay? Weiß ich nicht Der kann der Der kann da seine Zeit wasten, ist mir egal Der hat gewordet, ne? Mhm Kann sein, dass er zum Metro der Top kommt Nein Geil Ich muss halt die Defensive stehen, bis wir uns hier sehen Das ist ein Scheiße Gute, komm Danke Nick übrigens Hi Nick Grüß dich Die unterbricht mich Geh du zurück 2 Ich hole mir sowieso Schuhe Ich mein für mich ist der spätere Backpot nicht ganz zu schön Also, dass er jetzt die Crap gemacht hat und dann direkt wieder ganken kommt Hab alle Summers up Du hast Du auch Flash noch Okay Der hat nichts geused wieder, der Dravener Äh, ist der Mitte? Aber wir sind beide weg Also Flasht er auf dich? Wahrscheinlich nicht, oder? Nein, traut er sich nicht Nice Nice, nice Was? In allen Szenarios, die passieren konnten, war das die schlechteste für ihn Was? Das war halt scheiße, bis ich die weg hab Okay Wer hat Bock auf dich War schon nah an dem innen dran War schon nah an dem innen dran Finde ich so die Summoner spammen Dann seh ich die alten nicht Ja Oder wie Mordekaiser sagt, einmal klicken reicht, Idiot Lauf Lauf Ich seh ihn wieder Mitte Ich muss Flashen Die haben wahrscheinlich gewordert Ich komm trotzdem am Bot Okay Ich seh ihn jetzt wieder Topside Jo Ja Passt Nice Bei dir oben, alles fein? Für alles fein Ich hab auch nicht die Pusher, die ich haben sollte Aber es ist das auch nicht schlimm, weil ich besser scale Ja, Wukong ist ja am Anfang eh stärker wie du, ne? Oh, weiß ich nicht Mit dem Counter-Strike kann ich eigentlich nichts machen Guck mal, wartet jetzt Botzeit Eigentlich sollte ich mit dem, genau Eigentlich sollte ich ihn wegdrücken können Aber kann ich zwar grad irgendwie nicht Aber ist an die Eugabe Ja Das ist der Watt Also hier ist irgendwo, hier ist irgendwo ein Watt Weil Draven ist da halt langgelaufen Ich denk mal In dem Busch Ja, ich kann meinen Control-Watch schon nutzen Aber es macht grad wenig Sinn Ich hab einen, ich hab einen Ich hab einen, ich hab einen Ja, es macht grad grad keinen Sinn, den wirklich zu nutzen Ja, stimmt Ja, ich hab einen Ja, ich hab einen Ja, Spiegel Ich hab einen Ja, ich hab einen Aber, höher Trotzdem noch ein Gank rausdrücken. Poken ist dabei. Kogmar geht kurz runter, hat hier gekehrt. Kogmar hat wieder hier gewartet. Auf ein paar Zeit. Er sollte wieder Botzeit sein. Wenn er sich nicht zeigt. Da spiel ich mit Zombie-Bot. Ich kann dein Zombie-Bot grad nicht anklicken. Und zu schauen wie lange der noch steht. Das ist nicht mal einer. Der hier. Das Problem sollte jetzt wieder rausfischen. Stellt es raus. Hier war gerade die Pflanze. Ja. Ist ja Botzeit. Ist ja Botzeit, jeder mitbekommt. Ja. Ja. Geht mit deinen Worten. Kast! Mach ihn! Ja. 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 Ja genau. Mach mal. Ich geh jetzt mal kurz zu checken. Okay. Der kann ja auch über... Ja. Ja. Ja, Blue ist da. Ja. 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 Schild ist raus. Ja. Will er lassen mit Level 6 wieder engagen? Ja. Das ist dann der safe engage. Ja. Ja. Mit Level 6 zurück ich üben das hier oben weg. Ich nehme das. Danke. Ja. Ja. Ich hätte halt die Wave hier noch abwarten müssen. Dann wäre ich wahrscheinlich Sex geworden. Warte mal auf dich. Ja. 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 Und das ist ja nicht. Resetten? Ja. Mich reset. Sieben. Vier. Oh Gott. Das war vielleicht nicht. Ja ok. Sehr schön gemacht. Ja. Ja. Ich seh nix auch. Will in die Mitte kommen. Den geb ich ihm auch. Schwierigstens mein Rapper von Ruhe machen. Der ist immer noch nicht based, der Boy. Der invaded meinen Jungle. Ist der dumm? Kann kommen, aber der Wukong ist schnell auch schwer. Ok. Wukong steht hier vorne schon im Busch drin. Hast du Flash? Wie sind die da reingekommen? Ist der komplett durch den Troy? Holy shit, man. Schon mal er hat meine Pinkwood kopiert. Aber das ist schon ein bisschen her, dass der meine Pinkwood kopiert hat. Der ist einfach hier runtergelaufen in den Busch rein. Ist in die Base, oder? Ja. Vermute. Schau, dass der deinen Red nicht macht, ne? Der jumped super, oder? Mach mal hart, oder? Dankeschön. Oh oh. Der hat auch geflascht eben. Ich komm bitte, Martin. Willkommen beide. Zehn Sekunden Ulti. Die sind nicht wieder zurückgelaufen, oder? Ich glaub der ist, oder? Ne, ist er nicht. Fünf, wir wurden gespottet. Er ist auf 30 gewesen, ey. Ja. Da ist wohl noch ein Raptor. Just saying. Guck mal. Ja, ich komm trotzdem nochmal. Ohhhh. Ist das dein fucking Ernst? Er ist schon wieder hier. Ja. Ne, ich komm wieder runter. Ja. Wie kreis kann man denn sein, Alter? Er läuft einfach wieder rein. Wie lange ist er jetzt zwischen meinem Jungle gelaufen, um den Red zu kriegen? Ah, ok. Komm mir echt nicht mehr ran. Nope. Der Speeder ist ein bisschen zu viel. Ja, ich spiel mit dem Safe. Ich hab keinen Flash mehr. Ich mach 3-Wash. Oder du? Nicht mit dem normalen erstmal, aber... Ok. Ist nix. Ja, ist voll okay. Das wirst du ja haben wollen. Ja, das Problem ist halt, dass ich nicht wirklich engagen kann, solange nicht beides weg ist. Komm bitte. Ja. Xinsau könnte theoretisch Botline kommen. Nice, good job, Jungs. Nice, nice. Ja, Flashless kockt man sich ein bisschen so drauf. Nein, 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 nein. Das fühlt sich nicht gut an. Der hat noch nie so einen dummen Move gemacht. Da ist aber niemand. Weißt du's? Äh, wo komm Mitte? Jo. Hä, wie... Wo wurdest du Interrupted grad? Bei was? Ich? Ja. Wieso Interrupted? Ich hatte noch kein Chill wieder. Bist du... Hä, du bist doch zu mir hingespielt. Achso, mit dem W. Nee. Yeah? Das W wurde Interrupted auf ihn. Achso. Weird. Aber wir hätten das locker fighten können, wenn du wieder herkommst. Ja, Ulti habe ich auch nicht. Nee, das macht ja nix. Ich hatte ja hier... Da lagen bei mir, äh, acht Federn. Die durch alle durchgegangen werden. Ähm, wenn du ein bisschen geduldig bist, ich hab Ulti ab. Und Ignite. Ich mach'n Bloop auf Feuer. Ja. Keine Lust die ganze Zeit zu warten. Um auch keine Lust da allein reinzugehen. Danke. Oh, der ist gar nicht geworden. So f***. Nee, da wurde nur noch gecleared. Ein Glut-Trinket für Deep Bischen, ne? Ich hab' grad kein Wort. Brauch'n bisschen Unterstützung. Also ich hab' ihn fünf, aber ich möchte halt... zuerst hier safe clearen. Ich bin auch unterwegs. Ja, wir können noch... Auf den Draven. Ah, scheiße. Liederflash? Holy shit. Ja, trotzdem gut. Okay, na, Moment. Passt. Trotzdem gut. Komm, guck mal. Jupp. Hat meine Raptors gemacht? Oder hat er einmal reingelunzt? Oh, hier. Ich brauch' Hilfe. Nein, nein, nein. Erst wenn der Charm da ist. Ja, schon. Schicksal. Das ist noch unser Hauptfehler bei den Traits. 50 Sekunden auf... Ulti. Oh, nice. Schöner Pog. Ah, das wird schabt mir der. Wo ist Zinn? Kann ich was machen. Der ist. Der ist so ein Gank-Opfer. Das kann sein, dass Xim-Bot kommt. Ja. Er ist da. Xim-Bot. Ne. 30. Der hat noch... So viel. Nächste Wave. Drück mal H ran, dann geht das. 20. Draven ist noch 4 Sekunden tot. Raus, drag. Drag, drag, drag. Ich glaub... Nice, Justin. Oder... Janik. Ist noch in der Früh. Ich bin noch ein bisschen müde. Ja, ich auch. AWP, ich hab's gesehen. Ja, dann bin ich geschlafen heute Nacht, ey. Ja, aber ich würd dann gar nicht resetten. Ich würd einfach wieder... Stumpf-Bot-Lay. Äh, Justin, kannst du Bot-Lay noch kommen? Weil der Tower ist halt... Ich hab hier einen Sinn. Ich brauch Hilfe. Keine Ulti. Hilfe ihm, Hilfe ihm. Wieso flash ich nicht vorher? Ich hab jetzt cool da noch mehr. Sorry. Oh, jetzt verlier ich mein ganzes Lead. Nice. Kann ich Soda haben? Ja klar. Natürlich. Dankeschön. Floor, ich hab gestern einen Drachen gestillt mit dem Rakan Q. Hat Spaß gemacht. Hier. Ich bin so irritiert, dass meine Kamera nicht mehr Base geht. Wenn ich Backboarde. Gut, kann man swappen? Alter. Ja, können wir. Was ist er denn für ein Troll? Ja, One-Shot rein. Tor oben ist auch schon ordentlich down, also müsst ihr wahrscheinlich nicht mehr viel... Ja, einmal killen und dann haben wir den. Scheiße, jetzt haben wir auch gepinkt. Justin ist richtig confused. WTF? Ja. Er ist so confused, dass er seine eigenen Regeln bricht. Wukong resetet auch. Ich bin der Meinung, dass jeder Top-Laner, der zu blöd ist, um Ninja Turbys zu bauen, die Lane nicht verdient hat. Das fällt vor sie. Ja. Ich seh ihn so luxue andauernd. Wukong gewinnt immer. Fokus. Es gewinnt einfach. Fokus. Ich sag dich, setz einen rein. Achso, ja. Ich orientier mich auch mal zur Top-Side. Ich steh hier auch bereit mit Flash und allem ab. Dann fällt auch hier ein bisschen in den Bot-Side-Jungle. Oh! Jen halt! Sinn kommt zu dir. Sinn haben wir. Ach, dammit. Ich hab Jen noch. Wow. Wo bist du geplatzt? Ja, mit dem B. Wir kommen hin. Wir kommen hin. Wir kommen hin. Wir kommen hin. Na, hätt ich wahrscheinlich gar nicht rüber Flash müssen. Na, wobei doch. Janik, du kannst dir den Red holen, wenn er kommt. Aufpassen. Wir sind hier outnumbered, ne? Der ist gleich da. Können Herald machen. Jep. Irgendwo ne Honigfrucht. Honig kommt nicht. Kommt gleich vielleicht ab. Doppelt hält besser. Ja. Ich kann hier hinten einfach über die Bräume, ne? Vergesst das nicht. Ja, ja. Das ist cool. Ich meine, die Leute stehen immer mit mir irgendwo und wenn wir gecatcht werden, geh ich einfach raus. Komm raus, komm raus, komm raus. Komm dir mal entgegen, Janik. Ja, ich denke, ich bin hier sehr. Guck mal keinen Flash. Das ist gut. Okay. Das ist sehr gut. Pass auf, hier geht die Vality, der Wukong, ne? Jaja, alles cool. Ich hab Ulti ab. Ich weiß schon. Hab die Itemstück gesehen. Xinsau Mitte. Invaded for Loo. Wukong kommt. Wie wieder? Jani, Jani, Jani. Bot jungle, bot jungle. Wir haben ihn Xinsau. Oh oh Wo kommen wir es hier? Gut Nice Mitte Herald, oder? Dann haben wir den Tau safe Ja, ich muss zurück Ja, das passt schon Wie wir machen denn Guck mal, kein Flash Ah, Sonne Gut, ich hab die Janna ein bisschen zu spät gesehen Wukong von der Seite, Wukong von der Seite Gut 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 Nice to do Ich setz hier Blue Trinket rein Komm mit vor und mach da Versuch ein bisschen deeper zu gehen Okay Wir haben Pressure Eider, Eider Hat er gut prediktet Ja, leider Ja Aber trotzdem Ja Gut Blubuff Ja Okay Schön, Janik Tötest du alle Alle Hab ich gesagt Kann nicht weiter Ich muss raus Oh oh Nein, Eider hab ich eh nicht mehr durchgekriegt Gut 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 Okay Kann nicht mehr helfen Oh Scheiße Pfff Tututututututu Ach, Scheiße Ich hätte zwar Ulti, aber das wäre Rescue Nee, ich will den gar nicht fighten Der ist komplett busted, der Champion Ja, ist so Kein Bock gegen den zu fighten Never ever Ich kann alle meine Reds haben für Ja, aber er will deinen Blue Ja, aber er will deinen Blue Du kannst das verhindern, ich hab alles Ja, aber er will deinen Blue Du kannst das verhindern, ich hab alles Ja Kack ist wahrscheinlich in der Mitte Ich hab mir eben Control-Bots Ja, ich hab mir eben Control-Bots Ja, du bist der Einzige ohne Oh Meine 300 Gold Ich geh wieder hoch, ne Ja Drake kommt ab Ja Toplane Das müssen wir halt mal Janik TP hoch Wir gehen auf den Drake direkt Oder nein, warte Marco, Marco hoch Wir machen mit Janik den Drake Wir brauchen dich da eigentlich nicht Sollte nicht so gefährlich werden Der Blue ist nämlich ab Also wollen sie den wahrscheinlich weitergeben Marco, kannst du mal einen Blue da reinschießen Wenn du den ready hast Mhm 50 Sekunden Ich warte einfach Wenn ich das ausgepusht habe Ist cool Lass ihn ein bisschen rausziehen Ich mein, mit Janik haben wir ja auch immensen Ich kann den auch nehmen Sehr schön Und möchtest du den haben? Lass du ruhig nehmen Wait, wait, wait Du bist alleine Ja, wenn er weiter nach vorne gegangen wäre Ich hätte ihn ja gehabt Aber wenn er dann nicht weiter nach vorne geht Xen, 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 Xen Xen, 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 Xen Xen, 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 Xen Xen, Xen, Xen I'm already dead Ich töte ihn ja mit einer Koffer von mir Mma, ja Xen, Xen Chima hier Ich muss res... Ich kann doch nicht ganz resetten Xen Hi Hi Da ist er, drauf Xen Xen Trin! Oh, Double-Buff! Martin! Hallo, Vision Score! Marco, nächste Wave-Clap! Njep! Little Pieces! Vision Rollen runterrotieren! Runter! Rettloff kommt gleich ab von denen! Block! Oh! Oh, schade! Wir können den Red dann nehmen, Martin! Red nehmen, Blood-Turm! Boah! Kann ich den? Aus, heiße! Nicht für die Region haben wollen! Ich hoffe, den Wukong? Ja, ich hab Ulti! Ich hab alles ab! Halt's ab! Na, lass uns nicht das gehen! Wir müssen gleich wieder Mitte gehen, oder? Ja! Ja! In 10 Sekunden Ulti, hier kommt die Jinn am Langelaufen vielleicht! Was mit meiner HP-Bur passiert? Weg! Ja! 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 Da hatten wir das falsche Ziel im Endeffekt! Wir konnten den nicht bursten! Ja! Kann man auch gar nicht ran durchgehen! Der Mittel in Tower-Hood-Fight, den kann ich nicht treffen! Ja! Gut, der hat eh fast nichts mehr! Ja! 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 Ich bin raus! Ich brauch für euch noch, dann hab ich ein Power-Spike, ne? Ja, ich muss jetzt ganz zurücklaufen! Ja! Super gefährlich! Wenn du Dinge den richtigen Weg schaust, dann ist es großartig! Grabe! Assistance, please! Ja, mach sie dir! Ich habe einen schrecklichen Plan! Was? Ich muss euch sagen, das ist wirklich schreckliche Plan! Gut, ich reset, hab meine Infinity Edge! Okay! Also, ich habe jetzt mit den stärksten Power-Spike Mixer! Ich reset noch mal kurz, ich brauch Worts! Planen, wie schaut's aus? Das wollen wir jetzt als Nix machen! Ja, Janik, lass mir weiter unten! Der ist super fett! Der ist Level 15! Also, das wird ein Hardcore-Spit-Push über die Bot-Seite! Geben wir hoch! Ja! Oder bleiben wir in der Mitte! Martin, kannst du hier oder hier vielleicht ein Trinket hinsetzen! Ja! Kann ich's abhauen! Dann lass mal lieber in den einen! Ja! Und den hier selbst! Xenna ist top! Er pusht wie ein Wilder! Kann dir nicht helfen! Pushe es erst mal gegen! Guck mal mit! Warte kurz! Wir haben hier keine Vision! Wir sind riskant! Oh! Soll ich mal Blue hier reinhauen? Oder so? Naja! Ich glaub nicht, dass die da sind! Oh! Haben wir nur normale Stings hier? Also eine Lens! Ich mach nur eben nur einen Spot! Draven ist ein Spot! Ah, ich kann die Pflanze nutzen! Der kommt gleich ab! Xenna ist top-set! Können wir den Contestern? Wenn wir cauck mal in den Blue hinein, wäre das auf jeden Fall echt gut! Guck mal! Haben wir! Ich kann gerade keine Map Calls machen! Die Top Wave! Die Top Wave einmal! Die Top Wave einmal! Keine Map Calls! Ich hab Sonne auf meiner Map! Okay, wir könnten jetzt einen Baron anfangen! Ja, wir könnten wirklich Baron anfangen! Auffassen! Können mehr Problem sein jetzt! Halt mit den Depression! Wir können den zu dritt machen! Ich bin super Squishy, ne? Ja, ja! Du kriegst schon genug Heals und Tank ist von mir! Tank ist von mir! No, don't worry! Du Squishy! Ah, guck mal was! Pass, wir haben Baron dafür! War ein... Drake? War ein Ding für Baron! Straight up to Drake! Danach Resetten! Ich will hier jetzt keine Freight mehr haben! Ich geh voll! Ich geh Klaus! Ja! Ich geh Klaus! So, ich weiß noch, Bot Spiten oder soll ich denn jetzt Top Line gehen? Wo wir jetzt... Soll ich dir vielleicht noch einen Turm holen können? Ja! Wir drehen das Ganze! Wir gehen dann... 104! Wo gehen wir hin? Runter! Oh! Geh... Ich meine, der Turm da oben ist zwar... Ne... Ist zwar ein sicherer Turm... Aber unten sind wir dann gleich drinnen! Ja, dann äh... Justin nimmt Rap auf, ne? Okay! Nehmen wir noch Crop? Danke! Bitte! Ja! Xena ist wieder! Drei! Zwei! Eins! Geh übrigens sehr Damage lastig! Ja! Weil die... Sind auch sehr squishy! Und... Justin guck, dass du langsam runter kommst dann auch! Jo! Ich kann hier nämlich fast One-Shotten dann! Eben! Müllen hast du bekommen! Rap auf, jo! Ich habe total vergessen, warum ich hier bin! Da! Chenna Spot! Äh... Ich habe hier oben noch keinen... Keine Frasurer, also... Wokongos kommt bitte gelongen! Ja! Wieder safe hier an dem Punkt! Ich kann dir nicht helfen! Habt ihr! Den Fight habt ihr! Den habt ihr übel easy! Good Job! Gut, dann pushen wir da unten! Das war... Einfach nur rein, weil ich wusste, ob ihr könnte fighten! Ich push mit lane, oder? Jajap! Jajap! Dann kriegt man da auch gleich den Fahrer! Ja, Justin! Wie geht's so? Fack mal erst bei mir unten! Ja klar! Wie geht's? Ey, ja! 700 Schaden! Bin nicht mehr weggekommen! Ja, ich hab's ja schon gesehen, aber... Das ist blöd, ne? Ja klar! Du bist so stumpf! Wie geht's dir? Gut, geh raus! Geht weg! Geht raus! Alle raus! Ihr seid jetzt... Gut! Sehr gut! Raus! 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 Ey, dass der mich so krass downchasen kann! Ja! Ich hab' nicht gedacht, dass er so ultra schnell ist! Ähm... Martin, wenn du wieder respawnsch hast, dann Blubuff! Ja! Ja! Jetzt echt nicht gedacht! Ja, ja, es ist ja nix ab! Wir haben das, was wir haben wollten! Ich glaube, wir haben jetzt dich und mich dafür getradet, aber... Ja, Baron ist jetzt eh gleich ausgelaufen! Japp! Wollen wir... Toplane gehen, weil da ist ja 3 inap! Die 4-0-1! Ich hab' halt meine 100%-Grid, also... Mach' ein bisschen mit, mit... Mit, mit, mit... Ich will da ein bisschen nischenhören! Ja! Erstmal hier... Die Lensbaiten... Mmm... ... oder auch nicht... Bisschen warten! Ja, wir müssen warten! Ja, wir müssen warten! Klar, wir können hochgehen und die Wave nehmen, aber... Wukong ist auch hier! Äh... Da darf man erst mal... Ja, dann lass... Lass mitbleiben! Erstmal noch! Wenn du engage'n kannst, dann rein! Ich hab' Wukong erwischt, by the way! Nee... Jetzt schon! Ah... Okay, Janna! Janna, Janna! Ja! 10, 10, 10, 10! Ich wurde weggeknock von seinen Ult! Schau' mal! Der hat nichts, wenn er... Geh' weiter, geh' weiter, geh' weiter! Der hat gehealt, der hat gehealt, der hat gehealt! Ja! Schön! Uuuh... Uuuh... Nice! Das war... Ja, die haben mich... Überschne Down gefokust, das war ein bisschen schlecht von mir! Nee... Ich wusste nicht, was da noch kommt, bin ein bisschen fucker vorgeholtet! Wir konnten da halt dann nicht mehr disengagen, wir mussten das dann durchziehen! Ich hatte halt unten auch keine Pressure, also... Ja... Ja, das war... Overall, der... Das Problem war, du hast... Wo du engage hast, schaffst, dann hast du nicht sofort einen bekommen, ne? Also keinen mit deiner E getroffen! Ich wollte auch wieder raus, Tanja! Ja, eben! Das war... Lettestens beim Wukong wollte ich raus! Ja... Nee, das war von mir ein schlechter Call, wäre ich jetzt sofort wieder disengagen, sagen sollen! Aber wir waren dann zu lang dran! So, meine Ulti hatte im Prinzip keinen cooldown, deswegen habe ich es jetzt benutzt, damit es sich nicht sicher sein kann! Ähm... Ich hab... Äh... Jetzt wieder Ulti ab! So, jetzt habe ich mein Wort hier! Soll ich... Äh... Schauen, ob der blue... Warte mal! Au! Kommst nicht ran! Wir sind mit Janna! Bin noch nicht da? Ja! Ich hab kein TP ab! Ah! Oh! Da war mir übelst oft, Gertl! Das war richtig Scheiße! Wir durften... Du darfst... Wir durften da nicht reingehen, wenn die anderen noch nicht da sind, auch wenn wir Vision aufbauen wollen! Das ist viel zu greedy damit Thromby got this game! Ja, wir sind halt der Janna hinterher erst noch! Ja! Äh... Alter, wie konnte der mich in dem Angle noch catchen, man! Push einfach weiter, Yannick! Ach, Gertz! Ja, macht keinen Sinn! Wokong portet Dags! Aber ich denke, dass ich hier unten was kriege, die sind schon wieder auf dem Backporten! Äh, nur einer! Nur Wokong im Moment! Den hast du da gebrochen, der Throm kriegt sie! Ist keiner am Backporten! Okay! Nice! Gut gemacht! Äh, wir geben den Drake auf, ich hol mir den Red und dann gehen wir für den Baron! Ja! Der ist ein Arsch! Ich bin jetzt gleich zu dir gekommen! Ja, ich bin ziemlich tot hier unten, glaub ich! Geht zu Baron! Geht zu Baron! Geht zu Baron! Wenn die alle hier runter gehen! What? Ice op! Ah, doch! Ich krieg mein Backport durch! Äh, die Midland-Way! Ich springe über die Land! Baron, immer noch ein Call! Ja, ja, ja! Go, go, go! Wand! 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 Danke! Ja! Machen wir es halt so! Gut! Einmal frei! Okay! Wir probieren es mal wieder mit 4.01! Aber jetzt richtig! Aber jetzt richtig! Genau! Ja! 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 Das ist halt nur mal leider ne Super-Minion-Wave! Ja! Passt schon! Schnell gedrefft! Sind Bordzeit! So! Ich kann hier kurz rein! Guck mal! Ja, wir sind ein bisschen weit weg davon! Da ist doch ein Wukong! Da ist ein Wukong! Da ist ein Wukong! Da ist ein Wukong! Äh, fightet ihr? Ja! Ja! Ja, wir haben den! Ah! Brauch kriegst du denn ein Magic-Schild, wenn ich den Wukong angreife? Wahrscheinlich war es der Kogmar, der dich da gepaukt hat! Ja, aber... Jaja, ich weiß schon! Keine Ahnung! Kein... Kein Flash mehr auf mir! Äh... Turtles und Ellipse übelst schnell down! Ah, mit drei Leuten habe ich da nicht gerechnet! Ich will auch mit! Ne! Ist kein Dreier, tut mir leid! Alter! Alter! Was denn? Ähm... Beides viel cooldown! War fünfmal an Bord, den zweiten Ende pullen? Japp! Jetzt die Mitte wieder auspushen! So, ich war... Topside! Das ist der einzige Teil des Planes, den ich erinnere. Und da rüber? Ich warte! Das war wieder hier dieser Wurschen Bug! Ja! Ja! Und Yannick, du mit der halt! Ja! De-engaged! Ja! Wollen wir nicht! Alles gut, alles gut! Alles gut! Langsames Randdrücken! Ja! 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 Ich hab' keinen permanent Magic Schilder von dem Typ! Ich weiß nicht, was falsch ist! Der hat ein Dustblade! Das ist ein Bug! Muss ein Bug sein! Der hat auch noch einen Black Leaver! Der macht definitiv mehr ARD-Schaden als... ...API! Volle Fälle! Tivu Kong! Magic Schild! GG! Flashwave! Ne, warte! Das war auch nicht sein Double, was ich angegriffen hab! Weil sein Double macht ja mehr AP-Schaden, theoretisch! Okay! Weg! Gut! Ich brauche noch 70 Gold! Voll-Bild mit, ähm, dem... ...Red Trinkets! Voll-Bild! Ich bin fast Full-Bild! Ein Item noch upgraden! Ich bin auch Full-Bild! Mitte runter E-Sport! Unterwegs! Red Buff mitnehmen! Oh ja! Red, Red, Red! Bitte gleich hin! Kaka! Kaka! The Secret Call! Also! Äh! Genau! Ja, ne! Äh, Justin! Bitte Statistik! Aua! Das ist ein Camp, das guck ich! Mit dem Bild guck ich das Camp einmal an und das ist weg! Nach dem Team Training! Drei Stunden! Ganz entspannt, ganz entspannt! Warten, bis die Minions kommen! Nein! Der Elder kommt auch ab, ne? Egal! Wir haben gerade drei Nips! Ja! Ich habe noch 10 Sekunden auf Flash! Danach engagen wir was! Der Xing kommt von hinten, ne? Der ist doch da! Der steht hier schon, oder? Ah, der ist jetzt wieder vorne, guck! Oh ne, der Heal! Heal me! Red Buff! So, wenn ich die Chana sehe, nehme ich die raus! Die ist das einfachste Ziel! Okay! Erstmal defenden und... Oh! Ja! Gut! Ich dachte, Jenner ist die einzige, die überlebt! Ich bin nicht rangekommen mit dem Spum! Ja! Ich dachte erst in der Ströster, aber dann hat die halt umgezogen, dann kam ich halt nicht mehr an sie ran! Ich wurde halt leider weggedrückt! Ja! 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 Ja!